Nein, und wieviel hast du denn zahlt? 1,70. Wieviel hast du gekriegt? 1,70. Hol noch eine Flasche, bitte. Ich sag mit Strohhalm. Nein, brauchst keinen Strohhalm. Bitte. Geh, sieg mir jetzt nicht. Lass das da, das lässt mir und holst da dir eines. Mama, der Disney spielt auch wie bei Elvis. Aber es ist nur eine Aushilfe. Geh, weg von der Kamera, bitte. Kochen tust du? Und der Elvis. Du willst Fußball spielen mit John? Dann musst du es ihm sagen. John, geh mit Simon spielen. Ball spielen. Da. Schau, gehst du mit Simon spielen? Ball spielen? Da, Mama. Ja, danke. Spielst du mit mir und Brüderleger? Nein. Mädels, gehst ihr alle von mir weg, bitte. Ich filme da gerade. Danke. Da, kannst du spielen mit Simon. Ball spielen. Ball spielen. Ah, ah. Ich glaub, lass dir mal ganz mit dir, Mama. Ja. Wir spielen mit Anastasia und Hermann. Ja. Ja. Ja, du zumachen. Okay, ihr könnt uns doch einen Fenster. Das sind Sunsterklingler. Ich weiß, wie der nächste Platz ist. Jetzt! Vielen Dank. 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 Danke. 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 Danke.